Ja und willkommen zu einem neuen Video. Ja, da euch die Serie, in der ich Fußballspieler mit einer Spongebob-Szene nachstelle, so gut gefällt, dachte ich, machen wir auch gleich mal die zweite Folge. Ich habe mir jetzt einen ganz besonderen Spieler ausgedacht. Er hat zwar seine Karriere im vergangenen Sommer beendet, aber ich dachte, das muss jetzt unbedingt der zweite Spieler sein, weil der Spieler muss unbedingt Teil der Serie sein. Natürlich ist hier Rede vom fliegenden Holländer, natürlich von Arjen Robben. Der Rosanne hat recht. Ich sage euch was. Ihr gebt mir meine Socke zurück. Dafür gewähre ich euch drei Wünsche. Sagen wir fünf. Vier höchst. Drei. Und nicht ein weniger. Also gut, dann drei. Ihr kriegt drei Wünsche. Wow, drei Wünsche, Patrick. Ist das nicht toll? Drei Wünsche? Ich wünschte, wir hätten das früher gewusst. Jetzt habt ihr noch zwei Wünsche übrig.